Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen kurzen Runde Star Stable. Diese Runde geht darum, dass es derzeit einen größeren Fehler gibt, auf den ihr unbedingt aufpassen solltet. Und der hat mit dieser neuen Quest zu tun. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich da eigentlich meine. Bei Steves Farm habt ihr ja, wenn ihr den Tag 1 absolviert habt bei Star Stable, habt ihr dann dort ja Anne stehen und Anne wartet dann mit ihrer Quest bei Steves Farm auf euch. Anne steht nämlich direkt hier vorne dann und wartet auf euch und wartet dann darauf, mit euch zusammen die Quest am nächsten Tag zu machen. Aber da ist jetzt ein wichtiger Punkt nämlich, es gibt da nämlich aktuell einen Fehler, der führt dazu, dass ihr auf jeden Fall übernachten müsst. Denn Star Stable hat nämlich hier anscheinend ein gewisses Problem gemacht. Ich habe das Problem auch schon direkt weitergegeben und hoffe, dass es sehr bald behoben wird. Ihr könnt natürlich gerne auch nochmal Star Stable auf Instagram oder auf dem Supportformular eben Star Stable das Ganze schreiben. Aber momentan ist es so, dass wenn ihr hier Anne stehen habt, ihr auf jeden Fall übernachten müsst. Ansonsten habt ihr hier Anne weiterhin als einen Blocker stehen. Macht das aber auf jeden Fall nicht. Spart euch eure 70 Star Coins. Übernachtet jetzt dort nicht und wartet lieber, bis es gefixt wird. Die 70 Star Coins sind es wirklich nicht wert. Ich denke mal, dass es in der näheren Zeit, in der näheren Zukunft gefixt werden sollte. Aber macht es auf jeden Fall nicht. Denn ansonsten gebt ihr hier unnötig Star Coins aus für eine Sache, die wahrscheinlich innerhalb der nächsten, ich will jetzt nicht sagen Tage, aber ich hoffe ja, dass es heute direkt noch gefixt werden wird. Damit sage ich auch schon Danke für diese kurze Information und hoffe, dass ihr da noch nicht irgendwie den Fehler gemacht habt. Und dann sage ich ja bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.